jo hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown daily shop news und combo masteries mit mir gleich jo leute wir schauen jetzt mal in den heutigen item shop rein und gucken mal was da so am start ist hier haben wir in mamas altmutige schatulle dem mythic bobby mythic bobby ist natürlich mega geil aber die schatulle ist ziemlich nonsens hier haben wir die oktoberfest tier box jetzt noch vier tage mit oktoberfest hermes bierfestival hermes konrad bill daughtery wodka bier l a r p bartenders not so nicht zu verachten date wine zeutberg plus diese ganzen kombos hier die echt auch ganz nice sind so dann hätten wir aktuell hier das mythic bobby pack mit herum talken thunder cocktails wodka bier und franzine smith was mich hier anstört ist eben franzine smith alle anderen karten sind doch relativ gut so dann kommen auch schon in den heutigen zu den heutigen in den heutigen daily combo masteries und da haben wir hier perfekt ist ein medical violence das ist eine lila kombo die schauen wir uns jetzt doch einfach mal an so das ist dann das da muss man gucken ist auch richtig drin so nee falsch das ist es so und jetzt also hier ja die lila und da haben wir eigentlich nur eine einzige sinnvoll wobei wenn man sich das anguckt da oben hier auch mit woman self defense ist auch nicht viel schwächer also schaut euch einfach mal an ich meine okay die lebensanzahl ist natürlich doch deutlich anders aber so angriff hast du da hier 18er burger also 18 fach heilen 18 fach punch 2550 und hier mit capoeira hast du 20 20 25 63 also so viel schlechter ist das noch nicht mal mit woman self defense problem ist natürlich dass die woman self defense karte nur 17 in dem fall leben hat ja selbst wenn man die weiter nach oben bringt das ist halt extrem gefährlich so eine lowlife leben karte weiß ich im deck zu haben ja was kann man darüber sagen also letzten endes hier ist mit 45 angriff im first hit ist das natürlich schon ziemlich geil auch mit 20 fach heilen aber du kannst halt eben nur eine einzige kombo machen und deswegen sind meiner meinung nach 500 gems da für ein bisschen viel gil ein bisschen viel als nächstes haben wir den playwright brian schauen wir uns den mal an das ist hier ein brian wer hätte das gedacht und das ganze mit kunst karten da kommt der playwright brian raus und hier unten schauen wir uns mal die mythic version an mit der buzz saw 20 fach gs 22 leben und 18 angriffspunkte wenn der combo gespielt wird kommen mit drauf ist natürlich schon nicht so schlecht ne also musst halt jedes mal dann kombos spielen aber dann pushst du den ganz gewaltig nach oben aber ich bin jetzt nicht so nicht so ein fan vom playwright brian auch wenn er echt cool also coole werte hätte wenn man da jetzt viele kombos hintereinander spielt hast du halt bei berauscht kriegst du es auch so mit drauf guck mal keine neuen leben mit hinzu aber so die live drawing hayley die muss ich mir jetzt genauer anschauen weil es kann sein dass ich die mir eben für meinen erst account dann hole so weil ich habe die hayley ja dort in mythic version und wenn ich das sehe das sieht schon spannend aus also wir gucken uns jetzt mal die kombos an wir haben hier jeromes mother graffiti mural arc sketch mutilated therapy dolls shakespeare's wo ist das kalkulon nicht mehr lange christobels painting bazar reflections napkin art holographic washington sad clown sepp brennigan portrait peters drawing mr twilly ghost boy und miguel das sind natürlich schon verdammt viele combo möglichkeiten schauen wir mal nach der die am oi die am meisten hier bringen würde peters drawing hat 44 im first hit 44 im first hit ist momentan das höchste 44 45 mit shakespeare's kalkulon 46 mit mutilated therapy dolls 45 arc sketch 46 mit graffiti mural also die ist schon echt nice ne also ich werde mir wahrscheinlich beim ersten count jetzt hier mal wenigstens 10 prozent rein holen erstens viele combo möglichkeiten und wir wissen dass das es gerade bei kunst das problem gibt dass du da nicht so wirklich viele first hitter kombos kriegen kannst und da ist hier das mit der mythic hayley doch echt eine nice geschichte also da lohnt sich die auf jeden fall also für alle die die hayley haben in der mythic version ich paye da jetzt also das heißt ich paye ich hole mir da jetzt steine ihr solltet euch das auf jeden fall auch überlegen wenn ihr die habt also hier wiret stewie kann ich euch nur empfehlen wiret stewie gerade bei kunst wo es schwer ist eine starke first hit combo zu kriegen so wiret stewie ist jetzt hier ja stewie mit slurm und da kommt das dabei raus und das ist echt armselig der sieht nicht nur scheiße aus der ist auch scheiße also wenn es euch heute gefallen hat dann lasst mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet es nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown daily shop news und combo masteries mit mir dem herrn gleich macht's gut bis dann und tschüss ich freue mich auf euch das ist das ist